Also kalkulatorisch, unternehmerisch macht das schon gerade nie so viel Spaß. Ein bisschen spannende Geschichte. Muss ich dazu was sagen, Philipp? Das ist natürlich cool. Gute Arbeit muss bezahlt werden. Bei so einem Ding landest du mal schnell bei 14, 15, 16, 17.000 Euro. Da musst du dich schon überlegen, ob du in der heutigen Zeit so viel Geld erstmal auf der Kante hast. Audi R8 Spyder. Komplett final am Ende. Mehr als 100 Prozent Steigerung. Hat leider Gottes nie so funktioniert. Hab gerade echt ein Problem. Wir machen jetzt den Motor einfach nochmal. Einmal komplett neu. Pulle WRC. Und ich kann euch einfach sagen, geht immer noch nicht. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier im Hause MotorMafia. Wer mich noch nie kennt, ich bin der Sven. Ich bin quasi hier der Protagonist vor der Kamera. Und wer euch heute ein kleines bisschen mit auf die Reise nimmt, wie es aktuell bei uns so aussieht, was im Tagesgeschäft so los ist und wie viel Zylinder wir denn aktuell gerade durchschnittlich so pro Woche füllen. Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal hier an. Für diejenigen, die es noch nie wissen. Das ist ein 2.0 TSI. Das ist so ein, wie sagt man so schön, so ein Dauerläufer bei uns hier im Hause. Ja, da laufen wir im Monat schon gut und gerne mal zwei, drei Stück durch. Bei dem wiederum muss man sagen, ein bisschen spannende Geschichte. Der Motor wurde vor sechs oder sieben Jahren bereits in Stand gesetzt. Hier werden wir auch gleich wieder ausgegrenzt vom Werkstattgeschehen. Danke sehr. Wir kommen eh gleich raus. Ja, wurde vor sechs, sieben Jahren schon mal vor einer anderen Firma hier in Dresden in Stand gesetzt. Hat leider nicht so funktioniert. War auch ein bisschen unglücklich. Dem Kunden wurde laut Rechnung, die haben wir auch bekommen, wurde dem Kunden verkauft, dass der Block mechanisch bearbeitet wurde, dass geänderte Kolben eingebaut wurden. Für diejenigen, die es vielleicht noch nie wissen, 2.0 TSI, bekanntes Problem, Ölverbrauch. War auch eine echt sportliche Summe. Also ich glaube, dort standen knapp 13.000 oder 14.000 Euro drauf. Für mich nicht ganz nachvollziehbar. Waren originale Kolben verbaut. Motorblock war originales Bohrmaß, war nur einmal mit der Hohenalle durchgerutscht. Ist ja mechanisch verarbeitet. Ja, ja, ja. Nur halt nicht so, wie man es sich wünscht. Aus was für einem Auto ist das Ding jetzt? Audi Q5, das ist einer von zwei Q5-Motoren, die wir jetzt gerade aktuell haben. Was Besonderes gibt es jetzt hier nicht. Das wird eine ganz normale, stinknormale Instandsetzung. Das heißt geänderte Kolben, originale Bleuel, originale Lagerung. Also so sonderlich viel Spielspaß und Spannung gibt es jetzt hier nicht. Was muss man jetzt für so eine Instandsetzung ungefähr planen? Vielleicht für die Leute auch interessant? Ja, das ist wirklich ein interessantes Thema. Also in Kosten, weil du gerade sagtest 13.000 Euro, das ist irgendwie ganz schön viel, oder? Findest du das viel? Also finde ich auch sehr viel, vor allen Dingen vor sechs, sieben Jahren. Und vor allem für eine normale Instandsetzung. Also wenn man jetzt von Leistung redet oder so, dann okay vielleicht. Ja, hast du recht, muss man sagen. Das hat sich aber jetzt gerade über den Jahreswechsel nochmal oder in diesem letzten halben, dreiviertel Jahr extrem verschoben. Also wir sind früher auch mal hergegangen und haben gesagt, okay, für eine normale Instandsetzung nachholen, gegebenenfalls vielleicht nur neue Kolbenringe, wenn die Kolben noch in Ordnung sind, was bei den Motoren der seltenste Fall ist. Da muss man klar sagen, haben wir angesetzt so circa 4.500 Euro für die günstigste Variante. Mit neuen Steuerketten, neu abgedichtet, neue Kerzen. Ja, man muss jetzt natürlich auch sagen, die Motoren mache ich jetzt seit nunmehr, ich glaube 2012 habe ich den ersten von den Motoren gemacht. Da waren wir so in dem Bereich, da hatten die Autos so 6.000, 70.000 Kilometer runter. Da bist du natürlich mit einer bedarfsgerechten Instandsetzung, Nachholen, neue Kolbenringe, da bist du hingekommen. Ja, jetzt liegen nochmal zehn Jahre dazwischen. Die ganzen A5, A4, B8, Q5, wie sie nicht alle heißen, die haben natürlich jetzt auch ordentliche Laufleistung drauf. Das heißt, das ist so selten, dass du heutzutage mal noch einen Fall hast, wo du wirklich nur, ich sag jetzt mal, mit kleinem Umfang so einen Motor retten kannst. Das ist fast einfach nicht mehr da. Jetzt musst du natürlich schauen, kommen noch Einspritzventile dazu, musst du bohren, brauchst du neue Kolben. Da waren wir letztes Jahr, ich sag bewusst letztes Jahr, weil wir kommen gleich dazu, waren wir letztes Jahr so irgendwo so um die 5.500, 6.000 Euro roundabout in den Raum geschmissen. Damit kommst du heute aber nicht mehr hin. Gerade der Q5, den habe ich jetzt mal aus Interesse verglichen mit einem anderen, den wir letztes Jahr gemacht haben, weil es wirklich vom Umfang her, Artikelnummer 1 zu 1 identisch, das gleiche Modelle, das gleiche Bauteile und so weiter. Da haben wir knapp 40 Prozent Preissteigerung im Material. 40 Prozent. Nur Material. Nur Material. Du musst ja auch sehen, dass Preise für Strom und allem möglichen. Ja, stimmt. Wir haben unseren Stundenverrechnungssatz auch um 4 Euro angepasst. Steigt ja alles. Wobei 4 Euro, denke ich aber, ja, vertretbar sind in der heutigen Zeit. Wenn du mal siehst, so ein Fußbodenreiniger oder fast Bremsenreiniger kam mal 60 Euro netto. Als wir vor fünf Jahren ja aufgemacht haben, haben wir 60 Euro netto, also ohne Mehrwertsteuer, für 60 Liter Bremsenreiniger bezahlt. Dort sind wir jetzt bei was? 130? 140? Also mehr als 100 Prozent Steigerung in fünf Jahren. Das sind natürlich auch Sachen, die schreibt natürlich gerne auf eine Rechnung. Die gehen als Kleinteile Reinigungsmaterial mit unten. Also es ist schon, also kalkulatorisch, unternehmerisch macht das schon gerade nie so viel Spaß. Weil du kannst natürlich auch, wenn man jetzt sagen würde, als gescheiter Unternehmer Sven, dann solltest du das natürlich auf die Kunden umlegen. Aber ich bin immer so ein Freund davon, gute Arbeit muss bezahlt werden, aber soll auch bezahlbar bleiben. Genau, ansonsten, ja, wie lange braucht so ein Ding bei uns? Ich sage jetzt mal, je nachdem, wie der Ablauf auch mit den Kunden ist, bewegen wir uns, ich sage jetzt mal, zwischen zweieinhalb bis drei Wochen. Von Anlieferung bis Abholung. Genau, also wenn es geplant ist, ganz wichtig. Anlieferung, geplante Anlieferung, Motor ausbauen, Motor zerlegen, das machen wir zum Beispiel hier hinten. Ja, und ihr merkt schon, zwischen Theorie und Praxis liegen Welten. Du kannst natürlich alles vorher versuchen zu handeln, aber, und das ist der große Knackpunkt, ich kann euch sagen, in 25 bis 30 Prozent der Fälle funktioniert das natürlich mit diesen geplanten Abgaben. Wie oft hast du ein Auto, das kommt aus Österreich, aus der Schweiz, vom Norden Deutschlands, da kann so viel schief laufen. Und ja, dann hast du geplant, dann stehst du da und herzlich willkommen. Glückwunsch bei deiner Wochen- und Monatsplanung. So, ihr könnt natürlich sehen, hier hinten ist so echt unreine Ecke. Hier hinten wird zerlegt, hier haben wir dann gleich die Waschmaschine, hier wird alles sauber gemacht, hier wird alles vorbereitet. Ihr seht schon, wir arbeiten viel mit dem Transportwagen, dann gibt es bei uns saubere Wagen. Dort wird alles sauber draufgepackt, dann kommt es in den Motorenraum, was vorbereitet ist. Und dann gibt es natürlich vom Arbeitsplan her dann im Motorenraum das abarbeiten und dann fliegt wir halt direkt rein. Wie in dem Fall jetzt zum Beispiel, lass mal hier rüber gehen. Bei dem Cupra gab es ein paar Specs dazu. Schmiedekolben, geänderte Bleue, einen standgesetzten K04 Lader, was gab es noch? Straffe Ventilfeder, ich habe es schon gar nicht mehr am Kopf, das ist so viel. Ja, dass der Motor sozusagen standhaft ist für mehr Leistung. Der Kunde selber hat jetzt erstmal entschieden, natürlich auch aus Kostengründen, ist ganz klar. Wir hatten es ja gerade thematisiert, dass jetzt erstmal ein standgesetzter originaler K04 Lader wieder drankommt. Ich denke, der kann in dem Fahrzeug bei dem Motor auch schon recht viel. Genau, und Marvin hat den Motor jetzt eingebaut. So wie es aussieht, ist der Marvin jetzt gerade auch in den letzten Zügen Klimaanlage befüllt. Ich denke, Marvin, von der Planung her, Probefahrt steht an oder? Ja, gut, okay. Unter Fahrschutz ist auch drunter, also gehe ich davon aus, dass es soweit alles hinhaut. Gut, schön. Gerade bei solchen großen umfangreichen Sachen, Motoren ausbauen, zerlegen, instand setzen, wieder einbauen, Projekte abschließen, mit Softwareoptimierung noch anschließen, das braucht natürlich extrem Strukturen. Das hat bei uns auch ganz paar Jahre gedauert. Ich will auch jetzt an der Stelle nicht sagen, dass wir das heute perfekt bringen, das ist ganz klar. Es ist sicherlich immer noch Potenzial der Verbesserung, aber ich denke, wir sind von unseren Abläufen schon auf einem sehr, sehr guten Weg. Was es uns natürlich auch möglich macht, solche Projekte innerhalb von drei bis vier Wochen durchzubringen, wo, ich sage jetzt mal, bei einem Ein-Mann-Betrieb, so ein Auto vielleicht doch mal ein halbes oder ein Jahr stehen kann. Und der Marvin macht das auch super mit den Motoren, der wächst dort auch in das Thema gerade gut rein. Viel Arbeit für ihn, aber wir sind da auf einem guten Weg, dass wir das noch breiter fächern können. Ja, ansonsten, uh, hier, Schmuckstück. Ich weiß auch gar nicht, ob das so gewünscht ist, dass wir das Auto zeigen. Ansonsten, jetzt wird sich ja sicherlich der ein oder andere fragen, warum baue ich denn jetzt bei so einem Skoda Superb die Front ab, um ein Zahnriemen zu wechseln? Könnte man jetzt annehmen, ne? Das ist halt ein Längseingebauter Motor, sonst kommst du da wahrscheinlich beschissen ran. Genau, aber man kommt ran und man kann es natürlich auch im Eingebauten wechseln. Es gibt natürlich immer noch die Möglichkeit zu sagen, du machst die Schrauben hier vorne von der Trägereinheit ab, machst Stiftschrauben rein und bringst dir das Ding in eine Servicestellung, dass du rankommst. Aber, und jetzt das große Aber, wir haben noch ein paar andere Arbeiten mit zu erledigen. Unter anderem haben wir ja hier unten sozusagen hinter der Kurbelwellenriemscheibe das Zahnriemenrad sitzen und hinter dem Zahnriemenrad hast du ein Wellendichtring, ein Kurbelwellendichtring, ja? Der dichtet quasi die rotierende Kurbelwelle ab. Der ist leicht undicht und der soll mit erneuert werden. Richtig, Paul? Genau. Ja, dann würde ich sagen, springen wir gerne mal weiter, oder? Das ist zum Beispiel auch so ein spezieller Patient hier, ein 330D, ne? Sechszylinder Diesel. Es gibt ja die Möglichkeit, über einen freien Markt Ersatzteile zu bekommen, ne? Kolben, Lager, Lichtmaschinen, alles, was es herzbegehrt. Und jetzt haben wir ja wirklich gerade echt eine spannende Zeit, dass es wirklich echt herausfordernd ist, Material zu bekommen, ne? Zum Beispiel hier die Kolben wollten wir gerne von, ich glaube, Mahler oder Kolbenschmitt, die ja auch direkt ans Band liefern, ne? Direkt OEM zum Hersteller ans Band liefern, wollten wir die Kolben über einen freien Markt kaufen. Die Kolben sind übrigens seit April 2022 im Rückstand. Also im Rückstand schon länger, die sollten 2000, im April 2022 sollten die Kolben zum Großhändler geliefert werden. Die sind bis heute nicht da. So, was hast du dann für eine Option? Die einzige Option, die du hast, original BMW-Kolben zu kaufen, da bist du knapp zwei Schleifen los für sechs Kolben. Krass, ne? Da hast du noch keinen Block gebohrt, da hast du noch kein Lager neu gemacht, da hast du noch keine Schraube gedreht, noch gar nichts. Das ist natürlich cool, ne? Und bei so einem Ding landest du mal schnell, wenn wir über Zahlen reden wollen, landest du mal ganz schnell bei 14, 15, 16, 17.000 Euro bei einer Anstandsetzung. Wenn wir mal ehrlich sind, ne? Wenn du jetzt über 16, 17.000 Euro redest, über eine, ich sag jetzt mal, E9-Baureihe, war irgendwo Mitte 2000er, 2005, 2006, glaube ich. Du musst dich schon überlegen, ne? Ob du in der heutigen Zeit so viel Geld erstmal auf der Kante hast und ob du das überhaupt bereit bist, in so ein altes Fahrzeug zu investieren, ne? Enrico würde mir wahrscheinlich jetzt ein Liedchen davon trellern, wie der Gebrauchtwagenmarkt gerade aussieht. Das heißt, im Endeffekt hast du natürlich als Kunde dort auch nie so die großartigen Optionen. Oder du verzichtest, ne? Aber es ist schon ein gewaltiger Brocken, das muss man sagen. Irre, 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 irre. Ja, ansonsten, was gibt's hier hinten noch? Vielleicht auch mal interessant, dass wir auch Dieselfahrzeuge machen und Dieselmotoren, ne? Also nie nur 2.0 TSI und nur Benziner, sondern Diesel genauso, das haben auch viele gefragt. Ja, na gut, weil sich bei uns halt viel um diese ganze TFSI Sache dreht, ne? Weil wir ja schon videotechnisch auch ganz viel für diese TSI und TFSI Sachen gemacht haben. Ja, also an der Stelle absolut richtig, Philipp. Für euch da draußen, wir machen auch Dieselmotoren, ja? So Traktormotoren und so Einzylinder und so, da seid mir nicht böse, das will ich nicht mehr so machen. Und nur Bitmotoren? Ne, ohne, ohne. Ja, ansonsten, einfach hier in der Vorbereitung, dass ihr das vielleicht schon mal seht, ne? Das ist ein Zylinderkopf, wenn er frisch aus der Waschmaschine kommt, mechanisch noch nicht bearbeitet, jetzt erstmal chemisch grundgereinigt. Ihr seht schon, ne? Da hast du dann hier überall trotzdem noch so diese Kohleablagerung, ne? Das ist jetzt auch wieder, so wieder beim Thema. TSI, TFSI. Wird in der Waschmaschine grob vorgereinigt, geht es dann sozusagen mit einem Metallschleifer nochmal rein, die Kanäle werden dann noch richtig sauber gemacht, Ventilsitze bearbeitet, Ventile bearbeitet und geplant. Ja, und wenn das dann erledigt ist, sieht das so aus. Ebenmal hübsch. So. Ansonsten, oh. Ist das ein Abflussrohr oder was ist das jetzt? Warte mal, ich hole erst mal vor, ohne dass er mir aufs Beben fällt. Also ich muss sagen, das Ding feiere ich ziemlich hart. Das ist ein Ford Escort und also es ist kein originaler Cosworth, ne? Es ist ein umgebauter, das kann man soweit sagen. Aber wir haben jetzt trotzdem letztendlich hier ein 16V Turbo drin. Ich weiß gar nicht, wo der Marvin den Doktor Turbolader hingeschmissen hat. Also ich meine, man muss, seien wir mal ehrlich jetzt, da wird es jetzt bestimmt wieder viele geben, die so drunter schreiben, ja, warum macht man sowas? Ich persönlich bin ja auch immer der Meinung, so Geschmäcker dürfen auch unterschiedlich sein, sonst würden wir ja alle dieselbe Salami essen, ne? Ford ist für mich auch so, Ford verbinde ich mit Blau. Und ja, mit Blau kann man schon sagen, hat der Kollege jetzt hier auch nie gespart, ne? Also den Block hat hier schon mal schön eher blau gemacht. Ihr werdet es vielleicht jetzt auch... Ja, hier drüben, es ist halt auch sehr viel Blau in dem Motorraum. Aber ja, ist Geschmackssache. Irgendwie fühle ich, das passt zu dem Auto auch. Ich muss ehrlich sagen, diese selbstgebaute Ansaugbrücke hier mit diesen... Ich weiß nie, was es ist. Ich weiß nie, was es ist, aber ich feiere es irgendwie hart. Da muss man ganz klar sagen, so eine 90er Jahre Taschenrakete ist natürlich für uns jetzt aus unternehmerischer Sicht wahrscheinlich noch nicht mal so der wirtschaftlich interessanteste Auftrag. So, aber es geht ja auch nicht nur immer um, ich sag mal, um finanzielle Mittel, sondern es geht ja auch einfach mal um Spaß. Und wenn du die Möglichkeit hast, so eine 90er Jahre Taschenrakete hier auf dem Hof zu bekommen und sowas zu machen, ja, wir haben ja auch eine Leidenschaft, ne? Und dann willst du natürlich mitmachen, das Ding. Muss man vielleicht auch dazu sagen, der Motor ist jetzt nur rausgekommen, weil der Kunde den Wunsch geäußert hat, es wäre jetzt mal wieder an der Zeit, dem Motor mal ein kleines bisschen Liebe zukommen zu lassen. Also Auto ist noch komplett gefahren, wurde auch bei uns so angeliefert. So, der steht jetzt hier hinten, wie ich es gerade schon gesagt habe, unreine Ecke. Was ist hier an Leistung, weißt du das? Das weiß ich nicht. Also, da müsste man Paul jetzt fragen, aber der ist gerade noch im Kundengespräch. Der Paul hat den Vorgang angenommen und der hat alle Unterlagen dazu drin. Aber ich weiß es aus dem Kopf jetzt nicht, bevor ich jetzt irgendwas Falsches sage. So, und dann können wir ja gerne draußen nochmal ganz kurz lang gehen. Da gibt es noch ein, zwei Schmanker, die draußen stehen. Ich würde sagen, bis gleich. So, also. Pullo WRC, Audi R8 Spyder. Muss ich dazu was sagen, Philipp. Hier haben wir auf jeden Fall den Escort. Der fährt. Der fährt nicht. Das ist zum Beispiel auch gerade so ein Thema. Hatten wir ja nun auch schon jetzt ein, zwei Videos gemacht zu unserem kleinen, süßen BMW. Und ich muss ehrlich gestehen, ich habe gerade echt ein Problem und ich struggle gerade ein kleines bisschen. Der Motor steht nach wie vor oder hängt nach wie vor noch im Motorständer. So zerlegt, wie wir haben, ohne dass irgendwas angefasst wurde. In knapp anderthalb Monaten geht es ja eigentlich nach, sag schon, nach Spa. Genau. Aber ich sehe das gerade noch nicht so richtig in trockenen Tüchern, dass ich hier irgendwie, irgendwie einen Handgriff machen kann. Steffen, liebe Grüße gehen raus an dieser Stelle. Ja, weil das Problem ist natürlich immer, und das muss man so ganz klar sagen, Kundenaufträge haben Priorität. Und solange ich halt eben fünf, sechs, siebte Stunden die Woche halt hier bin, um irgendwie all dem halt herzuwerden, muss halt irgendwie was, ja. So nicht müssen wir halt hier den Motor mal rausnehmen. Das schöne ist, der Marvin guckt ja die Videos im Regelfall nicht. Das heißt, der weiß auch nicht, was wir jetzt hier so... Also schreibt es mir mal gerne in die Kommentare, ob wir von unserem Marvin hier den Motor mal rausnehmen sollen. Für Spa dann. Marvin, hi! Lustig, wir haben gerade über dein Auto gesprochen. Warum? Äh, einfach nur so. Und da habe ich, äh, hier. Guck mal diese Betriebsfarben. Genau. Also mir ist halt wichtig, dass jetzt auch von Marvin der Motor noch eine Weile hält, dass wir den halt für Spa dann auch nutzen können. Ich habe schon, hast du das gerade gesehen, das war schon so ein, guck doch mal hin, das war schon so ein Bestätigen des Zwingern. Ja, ich habe es gesehen. Kannst du das auch anders machen? Den Block fix in Stand setzen, bei mir reinschmeißen, dann kannst du den kriegen. Naja, aber da habe ich ja immer noch keinen kompletten Motor. Das war jetzt Quatsch. Ihr merkt schon, also mit dem BMW, das ist halt auf jeden Fall noch so ein spannendes Thema, dort muss ich irgendwie ran. Das wird auch nochmal ein interessantes Thema, das wird auch nochmal ein extra Video werden, das kann ich an der Stelle schon sagen. Ähm, C63 AMG. Klingt erstmal männlich, klingt super. Kann ich schon sagen, klingt auch richtig männlich, wenn man das Ding kalt anmacht. So, aber das einfach nochmal ein bisschen angeteasert für ins der folgenden Videos. So, ansonsten, äh... Was haben wir hier noch? Haben wir dazu schon ein Video gemacht? Dazu haben wir noch kein Video gemacht. Und weiß ich auch nicht, ob wir ein Video machen dürfen. Das würde ich mit dem Kunden nochmal abklären. Ansonsten, Teile sind soweit alle da. Der Motor ist auch schon vorbereitet und ich denke, der wird wahrscheinlich dann Ende Februar, Anfang März auch losgehen. Auch ein 3 Liter Diesel, ne? 3 Liter Diesel, genau. Zu dem 6er BMW hier vorne können wir leider kein Video machen, weil das Problem ist... Würde ich nicht sein? Ähm, ne, würde ich nicht. Weil das Problem ist, dass das gerade ein Vorgang ist, der bei Gericht liegt, äh, mit mehreren Streitparteien, wo bei uns jetzt der Motor ausgebaut wurde und gemeinsam, äh, mit dem Gutachter zerlegt wurde. Ja. Machen wir mal nicht. Aber vielleicht einfach für euch auch mal interessant zu wissen, ähm, ja, also auch solche Sachen machen wir, ne? Also es ist nie nur ein Werkstattgeschäft, es ist nie nur ein Tuninggeschäft, es ist nie nur Motoren, sondern wir arbeiten halt eben auch noch mit ein, zwei anderen Firmen zusammen, wo halt eben auch mal so spezielle Sachen kommen, die dann natürlich schon auch sehr zeitraubend sind. Das muss man auch sagen, ne? Weil dann einfach mal so zwischen Tür und Angel schnell einen Motor zerlegen, also schnell, ne? Und, äh, da irgendwie eine Befundung durchführen, so ist es dann halt nie, weil es gilt dann halt wirklich, gerade bei solchen Sachen, ähm, Schadensmeldung zu, ja wie sagt man, zu reproduzieren, nachzuvollziehen und zu gucken, ob das Schadensbild denn dann wirklich auch zu einem eingereichten Versicherungsschaden führt, ne? Das, äh... Apropos zeitraubend? Ja. Was ist denn eigentlich mit dem Kollegen dort? Ne, da kommen wir gleich dazu, ne? Ich wollte jetzt erst mal ganz schnell noch zu dem hier vorne eingehen, äh, zu dem Q5. Ähm, das ist zum Beispiel vom Elmas das Auto, der Kunde ist aus Österreich, sehr sympathischer Kauz, der hat irgendwann mal angerufen und hat gesagt, Mensch, du hast schon lange in Familienbesitz das Auto, funktioniert nicht mehr so, wie es funktionieren soll, ne? Wohl der TSI, ist klar. Dort passiert jetzt noch ein bisschen mehr, da gibt es noch einen Upgrade-Lader dazu, der liegt auch schon im Motorentraum drin, und, äh, ja. Im Motorentraum? Im Motorentraum, hab ich im Motorentraum gesagt? Ja, ne, im Motorenraum, ja. Golf 7R, der ein oder andere kennt's vielleicht, ne? Ist der Stand jetzt wie folgt, wir haben gemeinsam mit dem Kunden entschieden, dass wir den Weg gehen und ein Steuergerät bestellen, einfach weil ich wirklich Rudi ratlos komplett final am Ende war jetzt mit dem Ding. So, neues Steuergerät ist drin und ich kann euch einfach sagen, geht immer noch nie. Geht immer noch nie, genau. So, es ist jetzt Montag, ich kann so viel dazu sagen, dass am Donnerstag der Motor rauskommt. Wir machen jetzt den Motor einfach nochmal, einmal komplett neu. Der grundsätzliche Wunsch hinter dem Auto war natürlich ganz klar. Hashtag, ab geht er, der Peter. Ja. Das war wohl mal nix, ne? Kann ich euch schon mal hin sagen, dort haben wir schon richtig Zeit verbrannt, richtig Geld verbrannt. Und das Schlimmste an der Stelle ist natürlich für mich eben auch, dass der Kunde nicht nur ein Kunde ist, sondern dass wir auch, ja, privat miteinander in einer gewissen Art und Weise verbündelt sind, verschachtelt sind, dass wir uns halt eben auch kennen. Wenn du dann so im drüben fischst, da macht dann auch einfach keinen Spaß mehr. Und dann musst du halt einfach immer wieder den Arsch hochkriegen und, ja. Aber ihr werdet's wahrscheinlich in einem der folgenden Videos sehen. Ich hatte es ja in dem einen Video schon angemerkt, dass wir ja bei dem Motor den Zylinderkopf mechanisch bearbeitet haben. Das ist ja einer von zwei Prototypen-Motoren gewesen ist. Glücklich und unglücklicherweise muss man sagen, läuft der eine Prototyp beim Thomas von TD Performance im S1 wirklich gigantisch. Können wir vielleicht mal ein Leistungsdiagramm einblenden und vielleicht auch nochmal eine 100-200 Beschleunigung. Das Ding hat 648 PS und 700 Newtonmeter und fährt 100-200, korrigiert eine 5,1. Also eine ganz tiefe 5 knapp an der 4 kratzend. Umso ärgerlicher und unglücklicher ist, dass das gleiche Motorenkonzept im 7er R nicht funktioniert. Wir wissen bis jetzt nicht, warum. Auch viele Firmen, mit denen wir zusammenarbeiten, mit denen ich da auch gesprochen habe, die stehen alle da und sagen, du. Cool, also so tief wie ihr jetzt drin seid, so tief waren wir noch nicht drin. Und was ich halt weiß, was ich definitiv bei beiden Motoren gleich gemacht habe, aber massiv verändert und bearbeitet habe, sind die Zylinderköpfe. So und das wird jetzt Thema werden. Wir bauen jetzt den Motor nochmal aus bei dem weißen R und werden den Motor komplett zerlegen und werden einfach nochmal einmal komplett neu aufbauen. Mit einem 9 Zylinderkopf, original nur mit geänderten Federn. So und ob das dann daran liegt, ich weiß es nicht oder ob wir wirklich beim Zerlegen des Motors irgendwas sehen, weiß ich auch nicht. Also wenn dann so größere Sachen sind, wisst ihr ja, haben wir ja damals auch gemacht, dann ganz transparent, so wie sich das gehört. Ja, wir wollen euch ja immer mit dabei haben. Wir haben ein Video dazu machen, das ist übrigens der Paul gewesen, wer ihn nie kennt und lange nie gesehen hat. Den gibt es noch. Den gibt es. Ja, dann hoffe ich, ich habe euch mal so ein kleines bisschen wieder mit bei uns in den Werkstattalltag reingehoben. Dass ihr einfach so wisst, was bei uns aktuell so los ist, dass ihr auch wisst, dass wir hier näher auf der fahlen Haut liegen, sondern dass sich bei uns das Rad hier kräftig, mächtig, kräftig, fleißig weiterdreht. Und neben allen Sachen, Media, Audi R6, Abgasanlage, Entwicklung mit Steffen, das ist natürlich auch immer viel Kommunikation, viel hin und her fahren. Ist auch das Tagesgeschäft einfach letztendlich volle Bude da und wir bleiben für euch an der Stange. An der Stange? Ne, wir halten die Stange. Ne, wie sagt man? Scheißegal. Danke fürs Zuschauen. Ciao. Tschüss.